Was geht ab, liebe Leute und herzlich willkommen hier zu einem anderen Vlog hier wieder auf meinem Kanal und ich habe das Thema schon mal bereits angesprochen, was die Videolänge angeht. Heute gibt es wirklich mal einen ruhigeren Vlog. Alles geht? Ja, soviel zum Thema ruhiger Vlog heute. Was wir heute machen? Wir werden heute wie zwei gestandene Männer in der Küche stehen und uns von Frauen dabei zugucken lassen oder werden von Frauen zugeguckt, wie wir kochen. Verdammte Scheiße, mal langer Verstehung. Ich habe heute gesagt, heute gibt es einen ruhigen Vlog. Wie klar? Kannst du es kurz abändern? Wo ist der Roller? Im Keller. Okay, alles klar. Also wir hatten jetzt die letzten Tage brutale Hitze und ich habe mir wirklich so einen starken, also ich habe mir wirklich einen Regen erhofft. Aber Bruder, keine Ahnung, ob man das auf der Kamera sieht, aber es blitzt gerade auch, es donnert. Ich muss aus dem Auto aussteigen und werde pitch nass sein, weil heute gibt es die Release Party von Mami, I'm Sorry von der Kollektion. Let's go. Musik Musik Ich komm hierher und ratter dir erstmal Danke, aber vielleicht Willst du ein Glas zu der Colairm nå? Ne, ne Nee Ey, wie geht das nok? Hab ich in Amsterdam gekauft? Ja, ja, ja Bara ich hab gedacht nach dem Ticket Da ist sowieso alles egal Schnapp mal, 850 Euro Ende des Jahres gehen wir nach Freiland Ich komm mit Doiler Fack, fack, zack, zack, geh! Also falls ihr euch fragt, das ist auch die Release-Party von der neuen Konnexion von Mario im Story hier Cool, cool Spend ich meistens Ich kenne dich nicht Kannst du den Greedy-Hitney? Oha? 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 Das war falsch, oder? Ja, komplett falsch Flip, flap, blubu, blubu, blubu Du hast hier ein, ja? Ein Logo drauf lassen Achso, ich dachte, du hast auch so die Eigenrichtungen gemacht Oh, shit Das, ich finde es richtig heiß Hast du schon mal einen Greedy gehittet? Ja Einen Greedy? Okay, meine Damen-Fan, gehittet einer den Greedy Sascha hittet den Greedy, jaaaaaa Okay, Leute, AJ hat heute AJ hat sehr gute Laune Ey, Leute, was geht denn ab? Ich bin, ähm, leicht angeheitert Weil, äh, Spendi hat Grings-As-Fuck spendiert heute Das schade, da sehe ich dich Ich weiß wer Ex ist Was da am Tour hier für Scheiße, hast du heute ein Stück Alkohol getrun? Ich trink kein Alkohol Generell, ich trink einfach gerne Ex Kuro, hör mal zu, bitte. 20 Euro, wenn du jetzt Niko seine Vlogs durchgehst. Ja, nicht mal. Einfach Mykonos, backslash, safe Biergags. Nee, davon weiß ich nichts. Ich trinke keinen Alkohol. Ja, hallo? Ist da die Logik? Niko, nicht schüchtern sein, wie da vor der Kamera. Nächste Woche, der muss nicht nachstechen. Und von dir brauch ich noch hier links, dann eventuell Schriftzug. Kannst du mal gucken, ob du Platz hast? Schriftzug. Ich glaub, ich fragte dich, wenn du mal nüchtern bist. Wenn ich arbeite grad. Du, wieder am Arbeiten oder? Ich sehs, ich sehs. Ich hab grad 400 Influencern geschrieben. Na, genau. Und, was kriegst du? Ich blockier dich mal kurz, dann ganz wenig antworte. Cま kohler Zero. Was bietest du hier den Leuten an? Cま kohler Zero. Ist, das ist ganz neues, oder? ainda ist spannend. Ich bin weg. Ehrlich? Geil? Nach dem letzten Autoparent mit Doss bist du bei Microdosing anders stehen? Michael, das wäre echt mal frisch. Da bin ich raus. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie einen professionellen Kocher. Hab ich's gemacht. Hab ich's gemacht. Und dieser Herr ist die ganze Zeit draußen und erhält sich, legt mich ein. Als Gast geht raus und erhält die ganze Zeit die anderen Leute. Aber ist halt nicht in seinem eigenen Stream vertreten. Und das finde ich wirklich gleich ein bisschen unverschämt. Ich bin dir echt dankbar so, dass du wenigstens das alles eingekauft hast. Ehrlich. Aber ich bin auch ein direkte Mensch. Ich rede nicht hinterm Lücken. Ich mein's ernst gerade. Ist auch cool, dass du es gerade so locker siehst und so grinst. Aber cool, dass du mal auch in der Küche endlich bist. Kannst du mir mal kurz einen saftigen Schreier geben, einfach sinnlos in die Kamera? Ich muss skripten, Digga. Danke dir. Judy, wir haben eine Tradition immer gehabt. Und es ist schon ein Jahr her. Und die Leute vermissen es schon. Es darf nicht in Vergessen geraten kommen. War das deutsch? Nein, es darf nicht in Vergessenheit geraten kommen. Genau. Deutsche Kollege Arbeidjok, türkische Kollege Arbeidjok. Gut. Es wird Zeit. Wofür? Die Tradition. Ich glaube, dem ist langweilig. Warte, ist da noch ein Winnie? Na klar. Güle. Güle, du musst ein Winnie ziehen. Digga, ich kann dir nichts versprechen. So wie zum Thema ist, wird ruhig heute. Nein, nein. Ja, ey. Ja. Ey, cool, Mann. Cool. Mach das Ding aus. Kann ich deine ICQ noch machen? Ja, ich muss halt auch wirklich sagen, nachdem der Freund hier, Freund, die Person hier, links neben mir, lange nicht mehr hier zu sehen war auf diesem Kanal. Ich muss wirklich sagen, es hat sich einfach absolut gar nichts geändert. Scheiße, wir gehen gleich ein, oder? Tüde, Tüde. Man filmt mich schon wieder. Ey, hör mal auf damit, Alter. Frag doch vorher wenigstens. Schatz, komm, wir gehen. Ich will das alles dazu nicht mehr. Dann lassen Sie mich in Ruhe. Weiß nicht mehr, wie Sie sind. Das war es dann auch mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog auch wieder gefallen. Wie gesagt, war mal ein ruhiger Vlog. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Video, einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal. Das würde natürlich mega unterstützen. Und ich würde mal sagen, schreibt einen Kommentar von Algorithmus, wie immer. Bis zum nächsten Vlog. Macht's gut. Ich trinke keinen Alkohol. Na, okay, scheiß drauf.